Nuss anlärmischen wir machen eine pvp folge genau und die jeweilige unsere gegeneinander dünne 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 und ich hab mich extra ach ne Moment naja man kann sich nicht so gut vorbereiten auf solche Kämpfe aber mal sehen wer von uns beiden der bessere ist da seid ihr doch bestimmt auch schon neugierig oder ja da ist jeder neugierig ok dann mal los oh oh grad bin ich so froh dass ich diesen Zauber hab grad bin ich richtig happy ok das könnte 15 Minuten dauern nach meiner Bericht Junge du weißt auch nicht wie glücklich ich bin ein Zauber zu haben bestimmt dein Gehilfe aber der hier ist auch cool ach ich wette du machst nen Stab doch nicht ähm boom ich hole die Hilfe für drei Pips dann macht das ruhig mach ich auch oh du machst diese Stichklinge da die wird ja auch nicht viel rum Alter mir ist grad voll die spannende Musik ja bei mir auch nur ich glaub die ist lauter als alles andere ich mach die mal lauter bei mir bei mir mach ich die leider oh jetzt ist die lauter oh der gibt ja auch ne Mythosfalle so oha der hat mehr Leben als der Eisgehilfe oder ja der ist ja auch besser ich wette es wird keiner sterben weil die uns die Karten ausgehen ja echt so Moment oh Junge übertreibt doch die auch fast die Karte ja dreimal ich weiß okay doch okay die Musik ist doch etwas zu laut naja meinetwegen war die auch zu laut ich dachte so okay so geht es eigentlich aber dann oh der macht Troll alter du hast keine Chance echt ich hab keine Chance glaube schon glaub ich das auch okay haha ich nehm alles zurück ich nehm alles zurück ey man die Gehilfe ist grad oooooh verpasst grad nervig Gehilfe sonst denk ich immer geholfen mein Gehilfe hat auch verpasst guck mal was der jetzt für ein Zauber macht das wäre oh ne bitte nicht dann raten wir was er macht der macht doch nicht Zyklop oder oooooh oooooh ich hab mich doch verarschen nein oh du hast nur dreimal den Kopf in der äh scheiße h 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 Duhm, 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 duhm- duhm, 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 duhm Woha, der... der Kampf wird trotzdem überspannt Ja... Dein Gelder wird richtig nerven, das weiß ich jetzt schon Ah... Und wieso habe ich noch keine Klinge? Jetzt ist unfair Nächster Alter, die Musik, die計hen nur noch so laut für dich grad Bei mir nicht Okay, doch, ich lass's lieber so Alter, 97 Leben, was geht bei mir? Sollte ich es... Ah, ich weiß grad nicht, scheiße Ich weiß auch grad nicht, was... Ich könnte jetzt einen richtig risky Move machen, oder... Angreifen oder heilen, gell? Ja, genau Alter, das ist grad richtig... Alter Wenn du kritisch und angreifst, ne? Ich mach einfach den risky Move jetzt Ich heil mich lieber Welche Zauber machst du? Die, wir kritisch, bitte Ja, sechs Leben! Sag bloß, IG, hilfe, greift da an Nein, der passt, ja Nein, nein, wieso? Nein, jetzt sterb ich Du machst immer 190 Schaden, gell? Nein, bis 200, kann ich machen Echt? Du könntest mich grad killen, dann wär ich mit vier Leben gestorben Oh, du hast es nicht geschafft Scheiße, jetzt sterbe ich, dein Gehilfe greift an, gell? Er weiß, er weiß Oh Mann, nein, vielleicht verpatzt der Das greifst du aber auch an Wollen wir Revanche? Ja, okay PvP-Volgehalt Nein Ich hasse es, wieso muss ich so risky sein? Hättest du dich einfach geheilt Ja Hätte der Kampf aber übel so lange gedauert Egal Aber ich will nicht verlieren Deswegen reicht's mir jetzt auch Okay, nochmal So, jetzt, jetzt, jetzt rast ich aus, Nils Okay, will ich sehen Ja, werde ich, ich werde auch so aus Das kann, 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 kann Moment Keine Sorge So, ich erstelle den Kampf Kampf erstellen, ähm, nur Freunde, ja So, Alter, jetzt besiege ich dich, Alter Ich werd dich so rasieren Leute, was denkt ihr? Wer gewinnt den Kampf? Ich werd so rasieren, Junge Keine Sorge Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt? Wer gewinnt den, äh, zweiten Kampf gewinnen? Wenn ich gewinne, eitigen wir uns auf ein Unentschieden, wir sind gleich gut Okay Oh, die, die Musik ist ja noch geiler Ja, guck, Topia Musik Oder ne, wenn ich jetzt gewinne, machen wir ein, äh, Entscheidungsbattle Okay Aber die Frage ist, ob's dann zu lang wird Äh, ja, okay, kommt drauf an, wie lang der Kampf jetzt wird In meiner Taktik sollte der aber nicht so los Du kannst dich gegen mich gewinnen Doch Aber das zieht trotzdem 44 Oh, komm schon, das gibt's doch nicht Nein, ich bin so ein Idiot, ich weiß eh, was jetzt mal Du schwächst, ich wieder Oh, und ich mach Troll, ich bin so nicht gut Jetzt hab ich schon mal ein Troll verschwendet So GG Goldkarte? Du bist so ein Peter, Sven Ey, nein, ohne Goldkarten, ey, das zählt nicht Oh, Sven, mir fällt grad ein, ich hab ja, jetzt kommt die Entscheidungsrunde und mir fällt grad ein, ich hab ja auch ne Krake-Goldkarte Scheiße Scheiße Du bist so ein Spann Alter Ach, hat sich gelohnt, ey Okay, jetzt kommt das Entscheidende Aha Aber ich hab noch ne Taktik Jetzt raste ich richtig aus Jetzt raste ich richtig aus Alter Alter Uuh Jo, du bist so ein Spann, ey Und Morgant ist es? Hä, nein, es ist Azteka-Wert Oh, warum stand der Morgant an, ging mal an der Seite, wenn er Morgant ist noch nicht, manche Ja Der hat vielleicht gelacht, das weiß ich Genau Ich weiß jetzt, was er auch kracht Aber erst musst du deinen Gehelfen-Buf Mit der Wehen, du pippst Oh, ich find's gut, dass du anfängst Äh, wieso? Weil ich kann immer mit meinen Angriffen das wegmachen Okay Ach, scheiße Äh, okay, ach, fuck Mach ich jetzt gut Egal, ich hab meine Ich hab eine gute Karte-Auflage Damit sollte ich eigentlich Ich wette, du hast wieder ne Goldkarte reingetan Nein, ich hab keine Goldkarte, diesmal kannst du sicher sein Seraphat hast du bestimmt mitgenommen Nein, ich hab keine Goldkarte, diesmal ist möglich Aber ich hab das hier Was willst du jetzt machen mit Krake? Äh Ey, du bist so ein Arschloch! Das war alles Betrug von dir Aber ich gewinne auch so Mal sehen, wer weiß Hä, das ist aber kein Betrug nötig Scheiß, Pat Ey, ich hasse es Einhorn Warte, pass auf, ich mach jetzt was Lustiges Siehst du das? Ja, das war mein erster Einhorn Was ich dir gemacht hat Ey, Mann, wie unfair Du hast heute das unfaire Pat Ja, und? Du hast auch ein geiles Pat Ja, aber das macht Ich hab elf kritisch Das ist fast nie Ja, aber trotzdem Die anderen Sachen von deinem Pat sind auch übel Eine Superbübschung Oh, naja, okay Nein, nicht das eine Superbübschung Sondern, ähm Ach so, das ist Klingsturm Ja, genau Alter, scheiße, ich muss klipp sein Schupt Schupt Mehrere Male Du hast keine Schwäche mehr, gell? Doch einmal, glaub ich nicht Nein Ich hab's schon dreimal eingesetzt Glaub schon Ach, ne, ich hab's schon Ach, ne, ich hab's schon viel länger, noch nie, 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 noch nie Die Klarkaktion war aber geil, oder? Nein, die war einfach behindert Junge, dann packt ihr dieses Scheißschild aus Keine Haubich hast du, keine Doch Bei Roller Aber was weiß ich Doch, bei Roller Ich hab's auch Roller Guck mal, da guckt jemand zu Schön für ihn Schön für ihn Scheiße Schon zwölf Minuten, doch Wir müssen uns beeilen Ja, ist so Ey, Mann, da hältst du dich eh gleich Wir machen so einfach Teil 1, Teil 2 Falls es zu lang wird Und jetzt kommt Blitzflederer Was muss ich jetzt machen, am Bestellen? Was muss ich jetzt machen, am Bestellen? Das ist ja, ich bin mir sicher, das ist besser Ich wusste, du bist eh 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 Oh Mann, wie lang dauerte der Kapitel Ab jetzt irgendwie uns nicht mehr heilen Okay Nein Okay, mach einfach Cut Machen wir jetzt in der Runde Warte Jetzt gibt es einen kleinen Cut Bye-bye